Hey Leute und willkommen bei Beginner 2 Expert. Wir sind gerade in der Great Class 4 mit einem Edelstein. Die Great Class hat nur vier Klassen. Das bedeutet, wenn wir hier nochmal den Aufstieg schaffen, haben wir auch die große Herausforderung von dieser Challenge, nämlich Expert dran werden, ohne einen einzigen Set auszugeben, ohne Geld in Pokémon Unite zu investieren, geschafft. Die heutige Frage ist, willst du eine Spectator-Funktion, also eine Zuschauer-Funktion in Pokémon Unite haben? Sehr spannendes Thema. Ich bin schon auf eure Kommentare gespannt und in dem Sinne geht's jetzt los. Woran erkennt man Low-Elo-Spiele? Man hat ein Gengar im Team. Großes Anzeichen, wichtiges Anzeichen dafür, dass es ein Low-Elo-Spiel ist. High-Elo spielt niemand mehr Gengar, aber noch wichtiger, man hat drei im Team, die eingeloggt haben, das in den Dschungel wollen und drei, die natürlich ignorieren, ob irgendjemand anderes früher Dschungel eingeordnet hat oder nicht. So, da sind wir jetzt mitten im Game. Ich bin echt gespannt, wie das Game abläuft. Sowohl Hopplo als auch Gengar und Absol haben alle drei eingestellt, dass sie in den Dschungel gehen wollen. Jetzt haben wir hier einfach nur ein riesiges Chaos im Spiel drin. Pokémon Unite kann man das im Prinzip gar nicht mehr nennen, ein richtiges Pokémon Unite-Match, aber ich bin trotzdem gespannt, wie das Ganze hier ablaufen wird. Normalerweise ist es so, dass dieses Chaos sich relativ bald wieder legt. Wir sind jetzt hier viel zu spät auf der Lane gewesen, von daher lohnt es sich nicht, das mittlere Camp zu contesten, insbesondere wenn wir hier ein Relaxo mit einem gegnerischen Team drin haben. Also hier kann ich euch auch empfehlen, wirklich. Wenn am Anfang drei Leute einstellen, also in den Dschungel wollen, drei Leute in den Dschungel gehen und es einfach komplett chaotisch ist, dann bringt es nichts mehr, normal zu spielen. Dann bringt es nichts mehr, vernünftig zu spielen. Versucht einfach, so viele Erfahrungspunkte wie möglich zu bekommen. Wenn irgendwo im Dschungel was an Camps gespawnt ist, nehmt euch das. Wenn irgendwo auf der Lane Erfahrungspunkte rumliegen, nehmt euch die. Wenn eure Teammates, sag ich mir mal, irgendwo in der Klemme stecken, irgendwo kurz davor sind, von drei Gegnern vernascht zu werden, ist nicht nur in solchen Trollspielen so, dass ihr das ignorieren solltet und nicht zu euren Mitspielern hingehen solltet, um denen zu helfen. Sondern bei sowas halt grundsätzlich, aber insbesondere in solchen Games, ist es halt wichtig, dass ihr nicht zu euren Mitspielern hingeht, um denen wie wild zu helfen, sondern dass ihr euch auf euch selbst konzentriert, so viele Erfahrungspunkte wie möglich eintötet und dann versucht, das Spiel im Endgame irgendwie noch zu reißen. Der Grund dafür ist einfach, in solchen Spielen ist es sehr, sehr chaotisch und man kann sich nicht darauf verlassen, dass aus dem eigenen Team überhaupt irgendetwas Vernünftiges mehr rauskommt. Wenn drei Leute am Anfang in den Dschungel reingehen und sich da um die Erfahrungspunkte streiten und man selber auf der Top-Lane oder Block-Lane quasi hinterherhängt, dann hat man selber ein Erfahrungspunkte-Defizit. Man hängt mit den Erfahrungspunkten hinterher, die Gegner haben ein höheres Level und können einfach jeden einzelnen Fight gewinnen, ohne Probleme. Und das ist ehrlich gesagt auch wirklich das, worauf ich jetzt hier setze, das ist die kleine Chance, die einem noch bleibt, um wirklich das Spiel noch zu drehen. Wenn die Gegner in der Anfangszeit jeden einzelnen... Ey, keine Ahnung. Wenn die Gegner in der Anfangszeit einfach jeden einzelnen Kampf gewinnen, dann werden die übermütig im Normalfall und denken, ach, die Gegner haben sowieso nichts drauf, wir können jetzt hier einfach nur durchrennen und jeden versnacken, der irgendwo da ist. Wenn man aber sich eine ganze Weile darauf konzentriert, wirklich Erfahrungspunkte zu farmen und im Level aufzusteigen, dann ist es irgendwann so, dass diejenigen, die die ganze Zeit gefeiert haben und wie blöde einfach nur Gegnern hinterhergerannt sind, im Level hinterherhängen auf einmal und man selber, der am Anfang quasi hinterher ging, dann ein Level-Lead hat. Und genau da drauf kommt es an. Das wollen wir jetzt hier erreichen, das wollen wir hinkriegen und wenn diese Situation dann auf einmal eintritt, dass im eigenen Team einer jetzt hier zum Beispiel Level 8 ist, einer Level 7 und wir gegen Level 6 oder Gegner antreten, dann haben wir eine Chance, das Spiel immer noch zu gewinnen und zu reißen. So, Rotom geht jetzt da rein. Ich habe 20 Punkte noch in Reserve. Im Prinzip ist jetzt hier meine Strategie, einfach den Bisasam ein bisschen aufzuschrecken, ein bisschen zu verscheuchen, damit Rotom da reinkommt, wie es auch geklappt hat und die Zitzone fällt. Das ist im Prinzip auch einer der Gründe, warum ich immer wieder sage, lass die Finger von Bisasam. Bisasam ist einfach ein Pokémon, was im Moment extrem schwach ist. Ich habe auch in dem Video, wo ich gemeinsam mit Hoodie wirklich eine Teilliste zusammengestellt habe und über jedes einzelne Pokémon gesprochen habe, kann ich euch gerne hier oben rechts in der Infobox, hier oben, über meinem Kopf mit einblenden. Da habe ich auch ein paar Worte zu Bisasam gesagt. Das ist im Prinzip so, dass Pokémon, klar, es ist nicht hundertprozentig useless. Das habe ich nie gesagt und ist auch definitiv nicht so, wenn das irgendjemand sagt, dann ist das definitiv verkehrt. Aber bei Bisasam ist halt wirklich so das riesengroße Problem. Alles, was Bisasam auch nur im entferntesten machen könnte, kann irgendein anderes Pokémon besser machen. Und logischerweise, wenn man gewinnen möchte, will man dann Pokémon nehmen, die besonders gut sind, die Sachen auch gut machen können. Hier jetzt zum Beispiel, Bisasam hat sein Old reingehauen, hat mich zweimal mit seiner Old getroffen, trotzdem konnte Bisasam mich nicht besiegen und brauchte die Unterstützung von zwei anderen Mitspielern und überhaupt irgendetwas da zu reißen. Ich habe jetzt meine Old aktiviert, einfach um das Schild zu bekommen, um hier wieder Sam und die anderen beiden noch mal ein bisschen unter Druck zu bekommen und da im Idealfall noch eine Old rauszukitzeln. Weil wenn ich jetzt so da gestorben wäre, ohne dass irgendetwas passiert wäre, dann wäre es sehr, sehr, sehr ungünstig gewesen. Im Idealfall kommt man natürlich raus. Im Idealfall lässt man sich da gar nicht erst killen oder spielt so vorsichtig, dass man gar nicht erst in so eine schwierige Situation da reinkommt. Wenn man aber einmal in so einer Situation ist, ist es halt wirklich extrem wichtig, dass man dafür sorgt, dass die Gegner ihren, sag ich mal, Vorteil, der Vorteil ist, dass sie ein Killen so teuer wie möglich bekommen. Und im Idealfall sorgt man mit der eigenen Old wirklich dafür, dass die Gegner alle drei ihre Old einsetzen. Und wenn es dann auf einmal heißt, eine Old gegen drei Olds, dann ist es wieder ein guter Abtausch für das eigene Team. So, Gegner hat natürlich Rotom bekommen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Wir können aber trotzdem jetzt schon mal über die Frage des Tages reden. Da bin ich extrem gespannt, was ihr über die Frage des Tages denkt. Nämlich willst du eine Spectator-Funktion, eine Zuschauer-Funktion in Pokémon Unite mithaben? Hier geht es einfach darum, ob es möglich sein soll, wie es schon mal für zwei Tage lang wirklich möglich war, dass man Pokémon Unite nicht nur selber spielen kann, sondern auch sich einloggt und zum Beispiel den Matches von Freunden zuschaut. Und da bin ich wirklich gespannt, was ihr über diese Funktion denkt. Die war in Pokémon Unite einmal drinne für gerade mal zwei Tage. So, das war jetzt leider, weil ich kopfmäßig jetzt bei der Frage des Tages war, ein riesengroßes Misplay von mir, dass ich quasi die Old eingesetzt, habe, obwohl wir schon Minute zwei aktiv haben. Das will man natürlich überhaupt nicht, damit man die Old sich aufhebt für den Zapdos-Fight. Aber ich denke, es sollte trotzdem kein Problem sein, hier noch um Zapdos ordentlich drum herum spielen zu können. Ich denke, dass die Spectator-Funktion extrem wichtig für Pokémon Unite ist und dass sie auch extrem unterschätzt wird einfach. Die meisten, mit denen ich über die Spectator-Funktion geredet habe, meinten so, ja, komm, Pokémon Unite, die Matches sind nur zehn Minuten lang, was willst du da schon großartig zugucken? Und es macht doch viel mehr Spaß, das Spiel zu spielen und statt irgendwie einem Game von Freunden zuzugucken, spiel doch lieber selber eine Runde. Ist natürlich ein Argument, ist natürlich ein definitiv ein Argument. Warum ist das eigene Team nie da, wo es wichtig ist zu sein? Aber egal. Was macht Hopplos? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen, was die Gründe von Hopplos sind, da so zu spielen. So, damit ist das Spiel jetzt auch das Match definitiv verloren. Aber mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie noch dafür sorgen können. Das Match ist definitiv verloren, keine Frage. Aber wir konnten Ceraora davon abhalten, seine Zapdos-Punkte hier reinzusendeln und das ist, sag ich mal, was man nicht unbedingt immerhin bekommt. Von daher bin ich da definitiv zufrieden damit, dass wir das jetzt hier so gepackt haben. Ein Sieg ist komplett ausgeschlossen, hundertprozentig. Aber die Frage des Hages steht ja noch im Raum und die finde ich sehr, 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 sehr spannend, weil ich halt wirklich auch einfach das Gefühl habe, dass die meisten die Spectator-Funktion komplett unterschätzen. Wofür ist die Spectator-Funktion nämlich gut? Klar, man kann Freunden dabei zusehen, wie Freunde in Pokémon Unite spielen und was andere Spieler quasi in Pokémon Unite so treiben. Man könnte zum Beispiel sich das Profil einfach von einem Masterspieler aufrufen und da gucken, wie spielt er, was spielt er, warum spielt er das und versuchen, davon zu lernen und selber besser Pokémon Unite spielen zu können. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Spectator-Funktion, wenn sie denn wieder integriert wird, auch ermöglicht, dass man einfach wieder Turniere veranstalten kann. Was heißt wieder? Dass man erstmals in Pokémon Unite wirklich Turniere veranstalten kann und gemeinsam ein riesiges Pokémon Unite Turnier spielen kann. Das ist halt wirklich was. Das ist so dermaßen episch, was im Moment einfach nicht geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, komm, wir machen ein Community-Turnier in Pokémon Unite, dann könnte man als Turnierleitung gar nicht sagen, okay, welches Team hat jetzt gewonnen? Haben die Teams ordnungsgemäß gegeneinander gespielt? Was ist jetzt eigentlich ganz genau einzeln da im Spiel passiert? Das geht im Moment nicht. Mit einer Spectator-Funktion würde genau das funktionieren, dass man da auch Community-Turniere veranstalten kann und gemeinsam in Pokémon Unite noch mehr Spielspaß reinbringen kann, als es ohnehin schon im Spiel gibt. Und deswegen denke ich, ist der Spectator-Mode so eine extrem wichtige Funktion in Pokémon Unite. Und ich hoffe, dass wir den wieder mit ins Spiel reinbringen werden. Ich hoffe es wirklich sehr und bin gespannt, was so die nächsten Updates mit sich bringen. Ich hoffe sehr, sehr stark auf den 22. September, wo dann die Mobile-Version kommt, dass sie da auch wirklich ihr Versprechen einlösen und die deutsche Sprachausgabe mit integrieren. Ich würde nicht draufsetzen. Ich würde nicht draufsetzen. Aber ich hoffe es irgendwo. Und ich hoffe auch, dass der Spectator-Mode zurückkommt, die Zuschauer-Funktion, damit wir hier wirklich auch Turniere veranstalten können und viele, viele andere Sachen. Man kann zum Beispiel einem anderen dabei zugucken, wie derjenige Pokémon Unite spielt und dann direkt Tipps geben hier. An der Stelle hast du das gemacht, das könnte man anders machen, könnte es ein bisschen besser machen. Das wäre definitiv was, was vielen Spielern zugutekommen würde. In dem Sinne wünsche ich einfach noch viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye-bye!